... wo das ist, Schloss Niedersdorf, für jetzt in diesem Jahr das 20. Berlin-Brandt-Bürcher Oktoberfest. Wurde wir Zeit. Wir werden natürlich genau grüßen, mit welcher Frau ihr da aufkreuzt. Das ist ja für zwei Personen, mit der eigenen oder mit der Freundin. So, für Platz 2 und 3 gibt es Gutscheine. Und es gibt jetzt in der 20. Runde eine Prämie-Sport für den ersten. In der 20. Runde noch eine extra Prämie. Ansonsten begrüße ich euch hier herzlich. Die Jüngeren jeder Männer. 40 Runden. Und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt noch ein schönes Hinweis. Und ich hoffe, ihr habt es danach auch noch. So, und dann war der Start. Hopps, tipp! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Strecke ist in der Nähe des Strecke. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Schuss Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020